Wenn man wie ich eine Kämpferin ist und es täglich mit den unterschiedlichsten Gegnern zu tun hat, auch schon mal mit ziemlich unbequemen, die einen wirklich fertig machen wollen und sich mit allen Mitteln wehren, dann braucht man zwischendurch schon mal was, das nicht so reinhaut. Milchschnitte. Aus guten Zutaten und mit viel frischer Vollmilch gemacht. Schmeckt leicht, belastet nicht. Ideal für zwischendurch.